Auch heute herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Andacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Ich freue mich über jede und jeden, die wieder eingeschaltet haben, um in der täglichen Bibelese-Fortsetzung zu machen und so einen Tag nach dem anderen sich durch die Bibel zu arbeiten, in acht Jahren durch die ganze Bibel, in vier Jahren durch das Neue Testament. Und so haben wir die Gelegenheit, jeden Tag ein Stück geistlich zu wachsen. Auch heute am Dienstag, den 12. Dezember 2017. Wir befinden uns ja in dem alttestamentlichen Propheten, Zacharja, inzwischen Kapitel 6, 1 bis 8. Und ich habe diese Online-Bibelese-Andacht heute überschrieben mit Gott nimmt geheimnisvoll Einfluss. Ich muss gestehen, als ich den Bibeltext von heute zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dazu hast du nun wirklich überhaupt keine Idee, was das bedeuten soll. Und das passiert mir schon relativ selten. Und dann habe ich mich intensiv mit diesem Text beschäftigt und habe erstaunliche Erkenntnisse gewinnen können aus diesem erst so fast unverständlichen, fremden Text. Zacharja bekommt eine weitere Vision von Gottes Geist geschenkt. Und da geht es vor allen Dingen um Rosse, um Pferde. Aber lesen wir doch mal rein. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah und siehe, da waren vier Wagen, die kamen zwischen den zwei Bergen hervor. Die Berge aber waren aus Kupfer. Am ersten Wagen waren rote Rosse, am zweiten Wagen waren schwarze Rosse, am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren schäckige Rosse, allesamt stark. Und ich hob an und sprach zum Engel, der mit mir redete, mein Herr, wer sind diese? Der Engel antwortete und sprach zu mir, es sind die vier Winde des Himmels, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die schwarzen Rosse zogen in das Land des Nordens, die weißen zogen ihnen hinterher und die schäckigen zogen in das Land des Südens. Diese starken Rosse also zogen aus und wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Und er sprach, geht hin und durchzieht die Lande, und sie durchzogen die Lande. Und er rief mich an und redete mit mir und sprach sie, die in das Land des Nordens ziehen, lassen mein Geist ruhen im Land des Nordens. Wie gesagt, das ist erstmal verwirrend, erstmal nichtssagend oder vielsagend, jedenfalls vieldeutig und gar nicht so einfach zu verstehen. Wenn wir die Verse näher betrachten, dann entdecken wir, diese vier Wagen mit den vier Rossen werden verglichen mit vier Winden des Himmels. Der Engel antwortete und sprach zu mir, es sind die vier Winde des Himmels, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher der ganzen Erde. Also da sind Wagen und da sind starke Rosse in verschiedenen Farben. Streitwagen mit Rossen, mit Pferden, und es wird noch betont, dass es starke Pferde sind, sind ein Zeichen von Macht. Wer damals Wagen und Rosse hatte, wie zum Beispiel die Ägypter, die waren eine Weltmacht, weil sie entsprechend hochgerüstet waren. Pferde waren damals schon sehr wichtige und wertvolle Tiere in der Kriegsführung. Und so sind also Wagen und Rosse Sinnbild für Macht, für Kriegsmacht, für Einfluss. Das ist das eine. Aber wir spüren hier, natürlich sind damit nicht wirkliche Pferde und wirkliche Streitwagen gemeint, sondern hier befinden wir uns in einer himmlischen Vision, die Zacharja geschenkt bekommt, durch das Wirken des Geistes Gottes. Das heißt, hier geht es darum, was die Versinnbildlichen. Und da lesen wir hier, es sind die vier Winde des Himmels, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher der ganzen Erde. Wind, also die vier Wagen und Rosse stehen für die vier Winde des Himmels. Wind ist im Biblischen ganz häufig ein Sinnbild für das Wirken des Geistes Gottes. Also der Geist Gottes weht und wirkt und er geht aus von dem Thron Gottes. Die haben gestanden vor dem Herrscher der ganzen Erde. Das heißt, das sind Wirkungen, die ausgehen. Das ist Einfluss, der ausgeht vom Thron Gottes, vom allmächtigen Gott, der in der Lage ist, seine Wirkungen in alle vier Himmelsrichtungen zu senden, also in alle Welt. Macht ja auch Sinn. Der Herrscher der ganzen Erde hat natürlich die Möglichkeit, Einfluss in alle vier Himmelsrichtungen auszuüben. Norden, Osten, Süden, Westen. Und vom Thron Gottes geht Einfluss aus, der hier versinnbildlicht ist mit den Wagen und den Rossen. Da gibt es schwarze Rosse, das ist Sinnbild für den Tod. Sie bringen den Tod. Da gibt es rote Rosse, die bringen Blut und Krieg. Da gibt es weiße Rosse, die bringen Sieg und Freiheit. Und dann gibt es gescheckte Rosse, die bringen Pest und Plagen. Und das sind also Gerichtsrosse, Wirkungen des Geistes Gottes in der Weltgeschichte, die vom Thron Gottes ausgehen und die tun, wozu sie gesandt sind von dem Herrscher der ganzen Erde. Und das sieht Zacharja. Jetzt geschieht etwas. Die Völker um Israel herum werden es jetzt mit Gott zu tun bekommen. Die, die sich gegen das Volk Gottes erhoben haben, die das Volk Gottes besiegt und zerstreut haben, gegen die geht Gott jetzt vor. Und dann heißt es in Vers 7, diese starken Rosse, also zogen aus und wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Und der Sprach geht hin und durchzieht die Lande und sie durchzogen die Lande. Nochmal ein Zeichen dafür, dass es Gott selbst ist, der hier in der Gestalt des Engels den Befehl gibt, so, jetzt geht's los. Jetzt sollt ihr eure Mission ausführen. Jetzt sollen die vier Rosse mit den Wagen losziehen. Jetzt sollen die Winde des Himmels ihr Werk tun. Jetzt wird Gott als Herrscher der ganzen Erde in verschiedene Himmelsrichtungen, von Jerusalem aus betrachtet, verschiedene Wirkungen erzeugen und in die Weltgeschichte eingreifen, ja, Einfluss nehmen auf die Weltgeschichte. Das ist ziemlich weitreichend und nachdenkenswert, was wir hier lesen. Die Bibel unterscheidet ja zwischen einer sichtbaren Wirklichkeit und einer unsichtbaren Wirklichkeit. Und Gott und Gottes Thron und seine Wirkungen gehören in den Bereich der unsichtbaren Wirklichkeit, genauso wie zum Beispiel Engel auch. Und wir sind gewöhnt, dass wir die Geschichte der Welt, die Geschichte eines Volkes, die Geschichte des Volkes Israel, einfach betrachten unter, ich sag jetzt mal, hiesigen Bedingungen und Voraussetzungen, also unter den sichtbaren Bedingungen. Und dann können wir sehen, wie sich Völker entschieden haben, wie Machthaber sich entschieden haben, einzunehmen oder sich zurückzuziehen oder Frieden zu schließen oder Krieg zu führen. Und dann sehen wir Entwicklungen in den Kontinenten, wo verschiedene Dinge sich entwickeln und geschehen. Und wir versuchen, das alles auf der sichtbaren Ebene zu verstehen und zu deuten. Sachaja bekommt hiermit, dass von dem Thron Gottes, von dem Thron des Allmächtigen Gottes aus Einfluss genommen wird auf die Weltgeschichte. Die Israelis, die hatten das ja damals selber erlebt, sie wurden von Nebukadnezar, also von den Babyloniern, vernichtend geschlagen und dann ins Exil geführt, von Jerusalem, von Israel nach Babylon. Und dann kommt nach 70 Jahren der Perser-König Gyros, besiegt den Nebukadnezar und lässt sofort alle Israeliten frei, dass sie nach Hause zurückkehren können. Das lässt sich auf der sichtbaren Ebene alles erklären. Aber, so wie Sachaja das hier auch sieht, steht dahinter eine göttliche Regie. Da gibt es noch mehr als das, was wir verstehen und nachvollziehen können. Es gibt dieses schöne Wort, es wird regiert. Und damit sind nicht Könige oder Kaiser oder Parlamente gemeint, sondern damit ist die göttliche Regie gemeint. Wir können zum Beispiel die Vereinigung von Ost- und Westdeutschland nach 40 Jahren Teilung von 1949 bis 1989 rein innerweltlich erklären. Mit allem Möglichen, was auch gut nachvollziehbar ist. Aber könnte es nicht auch sein, oder nach meiner Überzeugung ist es so, dass wir es hier auch mit einem Einfluss Gottes auf die Geschichte zu tun haben, nachdem 40 Jahre lang Deutschland geteilt war, aufgrund der unsäglichen Verbrechen des Nazi-Regimes, dass Gott nach 40 Jahren gesagt hat, jetzt ist es gut, ihr seid wieder vereint als ein Land. Es wird regiert. Es ist sehr schwierig, Dinge zu deuten, besonders wenn sie mit Krieg zusammenhängen, mit Blut vergießen, besonders wenn viele, viele Fragezeichen sind, die wir nicht verstehen. Aber eins ist sicher, und das ist das, was der Zacharja hier sieht, wo er einen Einblick drin bekommt. Die Weltgeschichte, die Geschichte der Menschheit, ist nicht nur eine innerweltliche Geschichte, sondern auch eine Geschichte höherer, himmlischer, göttlicher Regie. In den seltensten Fällen haben wir darin Einblick. Aber das ist das Zeugnis der Bibel, dass die Geschichte der Welt beeinflusst wird vom Herrscher der ganzen Erde, wie es hier heißt, nämlich von Gott selbst. Und so dürfen wir das große Vertrauen haben, dass der Herrscher der ganzen Welt auch der Herr der Geschichte der Menschheit ist und bleibt. dass alles an ihm vorbei muss und dass er diese Welt zu seinen Zielen führt. Am Ende zum Gericht und dann zur Erschaffung einer neuen Erde und eines neuen Himmels. Wer diese Wahrheit es wird regiert, der Himmel nimmt Einfluss auf die Erde. Wer diese Wahrheit glaubt und ihr vertraut, der lebt etwas geborgener. Auch angesichts von endzeitlichen, dramatischen Entwicklungen, wo wir vielleicht viel Angst bekommen oder ein mulmiges Gefühl. Aber das Wort Gottes ist eindeutig. Der Herr der Geschichte ist Gott selbst und er kommt mit seiner Welt zum Ziel. Vieles von dem, was wir da gelesen haben und was wir versucht haben zu verstehen, ist so viel höher, als was wir begreifen. Und so kommen wir zu dir, unser Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi, dass du uns hilfst, darauf zu vertrauen, dass die Geschicke der Welt am Ende in deinen Händen liegt und dass die Fäden der Geschichte bei dir zusammenlaufen und nicht im totalen Chaos und nicht in den Händen von fürchterlichen Diktatoren. Herr, wir bringen dir all unsere offenen Fragen, unsere Zweifel, unsere Not mit vielen Dingen, die in der Weltgeschichte geschehen sind und auch heute geschehen. Aber wir wollen dir vertrauen, gemäß deines Wortes, dass du mit deiner Welt zum Ziel kommst und dass wir immer wieder beten dürfen um dein Eingreifen und deinen Einfluss auch auf die Mächtigen dieser Welt. Hilf uns, Herr, dass wir da, wo wir Einfluss, wo wir selber Einfluss nehmen können in deinem Namen, im Namen des Friedens, im Namen der Gerechtigkeit, dass wir da unseren Einfluss wahrnehmen. Aber hilf uns vor allen Dingen darin zu vertrauen, dass es deine höhere Regie gibt und hilf uns, dass wir deshalb nicht kopflos werden und nicht verzweifeln und verzagen, ganz gleich, was die Nachrichten jeweils bringen. Und so danken wir dir für diesen Einblick der Zacharja, der uns hilft, zu verstehen. Es wird regiert. Amen. Ja, das war nicht ganz leicht, über die Allmacht Gottes und seinen Einfluss in der Weltgeschichte nachzudenken. Aber die Bibel gibt uns viel Anlass, das so zu tun. Und deshalb dürfen wir in einem Grundvertrauen leben, das uns hilft, aktiv und verantwortlich zu leben, bis Gottes Herrschaft deutlich wird, wenn Jesus kommt. In diesem Sinne wollen wir auch diese Adventszeit erleben und ich freue mich über jeden, der sich jetzt Zeit nimmt zum persönlichen Gebet, um das, was anliegt, das, was konkret vor dir liegt, mit Gott zu besprechen. Ob es die ganz kleinen Dinge oder die ganz großen Dinge sind, Gott wartet darauf, dass wir sie mit ihm teilen. Das war die Atempause vom 12. Dezember. Gott nimmt geheimnisvoll Einfluss nach Zacharja 6, 1 bis 8. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich habe festgestellt, dass die Zuschauerzahlen etwas heruntergegangen sind in den letzten Tagen. Ich befürchte, die allermeisten von euch sind in großem Advents- und Vorbereitungsweihnachtsstress. Also lasst uns doch versuchen, trotz Weihnachtsstress, trotz so viel Dinge, die erledigt werden müssen, dennoch am Wort Gottes festzuhalten jeden Tag. Ich versuche es auch. Also bis morgen.